Die Zeit ist überreif Deutschland bist du bereit Lässt du uns wirklich leid Denn wir sind endlich Ach du f***ende Scheiße So spät ist das schon Ich wollte ja noch den Kotzer anrufen Junge, geht ran Ey Oma Hallo Knillepings Da bist du ja endlich Ich wollte nur mal hören Wie es denn so gelaufen ist bei euch Ja Oma, nochmal Das war richtig Bombe Mega geile Tour Supergeile Shows Wir sind gerade auf dem Weg nach Hause Habt ihr denn auch mal ein paar Fotos gemacht, dass ich mal gucken kann Ja klar, ich zeig dir auf jeden Fall ein paar Bilder Und du kannst dir auch bei Facebook angucken Facebook? Was ist das denn Das ist doch nicht Sechs Seiten Nein, natürlich nicht Leider Aber es ist halt so ein gutes Netzwerk Wo man gut Informationen und Bilder posten kann Damit immer alle auf dem neuesten Stand sind Kannst du dich auch mal anmelden Guck's einfach rein Und dann machen wir immer lustige Sachen Okay, dann guck ich mir das mal gleich an Aber er kommt ja die Tage nochmal vorbei, ne? Ja Oma, auf jeden Fall Das erste Mal wir machen ist, wird er zu dir fahren Ich mein, wir spielen ja auch am Wochenende wieder in Essen Also, äh Ja, werden wir uns sehen Wir freuen uns schon Alles klar Ich wünsch dir was Tschau Tschüss Facebook Was ist das denn für ein Scheiß-Name? Ah, da sind ja meine Zwerge Dann schau ich mir mal ein paar Fotos an Na, das haben die Jungs aber mal wieder schön gemacht Da haben sie sich aber auch einen leckeren Kuchen verdient Da ihr es heute heilig habt, mache ich es mir ganz einfach Natürlich brauche ich dafür Rührschüssel, Messbecher und Rührbesen Aber das Wichtigste ist die Backmischung Die Milch, die Eier, das Öl Und zum guten Schluss noch die Zuckerschrift Und zum guten Schluss noch die Zwerge Fähig Und weh, das gefällt den Jungs jetzt nicht Ey Jungs, geil, dass ihr wieder da seid Ich habe euch einen Überraschungskuchen gebacken Natürlich mit meiner Spezialzutat Guten Hunger, eure Oma Ah, Oma ist einfach die geilste Ey, soll man den anderen was überlassen? Ich weiß auch nicht Ja, und so gefloppt Boah, war der geil Und, hast du Bock auf die Spezialzutat? Auf jeden Fall, hau rein Oma, du bist die Beste Du bist die Beste